Sport und Physiotherapie in allen Varianten bietet das Berliner Rehabilitationssportzentrum Equilibrium. Das Leistungsspektrum ist riesig und umfasst die vielfältigsten Therapien, etwa im Bereich der Orthopädie und Onkologie. Zum breiten Angebot zählen unter anderem Lasertherapien, diagnostischer Ultraschall, Krankengymnastik und sporttherapeutische Präventionskurse. Im eigenen Wellnessbereich führen die Mitarbeiter darüber hinaus wohltuende Massagen sowie Wasser- und Whirlpool-Behandlungen durch. Diese Leistungen können von Kassen als auch Privatpatienten in Anspruch genommen werden. Das topqualifizierte Team punktet mit langjähriger Erfahrung und kümmert sich stets professionell um ihr Wohlbefinden. Bei Bedarf führt es auch gerne Hausbesuche durch. Ein weiteres Plus, das Rehabilitationssportzentrum Equilibrium steht Ihnen sogar für individuelle Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen zur Verfügung.